Deniz, Deniz, Lutschpenis Was hab ich gesagt? Deniz! Bitte, träg dich ein. Ja, immer wieder Deniz. Deniz, Deniz, Lutschpenis Hallo, hier bin ich. Und ich bin auch hier. Also, bitte, Schwester Vicky, wenn ich was sage, dann zuhören. Ich bin keine Vicky, ich hab einen Namen. Ah, aber ich film schon. Also, Schwester Vicky, wir machen noch einer. Fick dich doch selber, du eingefälligst. Scheiße! Hey, bitte! Tut mir leid, beruhige dich. Danke dir. Nimm die da, Chef. Hey, Badek, was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Plan B? Wiedersehen! Was für Plan B? Gibt's geil? Auf Wiedersehen! Bleib zu Hause! Leck mich am Arsch! Auf Wiedersehen! Hey, du brauchst sie noch. Was willst du ohne sie machen? Wohlbleiben! Einpacken! Wir machen morgen weiter!